Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stopp, halt! Wird das jetzt so ein Trailer, der alle lustigen Stellen verrät? Was willst du denn sonst zeigen? Langweilige Szenen? Ja, warum nicht? Es gibt doch bestimmt noch langweiligere Stellen. Ich fühle mich oft emotionslos. Ich glaube, dass sie sich sehr oft, wie soll ich sagen, emotionslos fühlen. Wahnsinn. Prima, sehr langweilig. Wieso sieht man eigentlich hauptsächlich mich in den langweiligen Szenen? Naja, du bist nicht wirklich sonderlich, ähm... Sexy? Das ist klar, aber das meine ich nicht... Nicht sonderlich witzig. Ja, du bist nicht sonderlich... Sonderlich interessant. Ja, ja, genau, genau. Du bist nicht sonderlich interessant. Weißt du, was auch nicht sonderlich interessant ist? Deine Idee mit den langweiligen Szenen. Dann mach du doch. Ich bin Kommunist. Was sind Sie so? Ich bin Anarchist. Cool. Dann können wir Freunde sein. Bis zur Revolution. Danach wird es natürlich schwierig. Dein Verhalten ist es viel. Lässt mich vom Mund. Dass wir von uns sind. Kapitalismus! Spaltesystem! Wir kommen! Äh... Hi. Ich wollte mir gerade ein paar Eierkuchen backen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich keine Eier hab. Äh...